Moin Leute, hier ist Tim und heute ist die RTX 3070 Ti in den Handel gekommen. Letzte Woche kam ja schon die RTX 3080 Ti in den Handel und ich habe keine der Grafikkarten zum Testen zur Verfügung. Liegt einfach daran, dass ich mit meiner Reichweite noch keine Grafikkarten zur Verfügung gestellt bekomme und selbst auch keine kaufen konnte. Ihr wisst ja, wie schwierig es ist, zu einem akzeptablen Preis an die neuen Grafikkarten heranzukommen. Und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht eingesehen, beispielsweise für eine RTX 3080 Ti jetzt 2.000 Euro auszugeben. Deswegen, Reviews werden vielleicht später, zum späteren Zeitpunkt noch folgen bei mir. Aber heute beschränke ich mich erstmal auf meine Recherchen, basierend auf den Ergebnissen von anderen Hardware-Magazinen und so weiter, um für euch einmal einzuordnen, ob sich denn eine RTX 3070 Ti oder 3080 Ti lohnt, gerade im Vergleich zu den normalen Versionen ohne Ti oder ob man doch besser zu den schon älteren normalen Grafikkarten-Versionen greifen sollte. Fangen wir mit der aktuelleren Grafikkarte an, also mit der heute erschienenen RTX 3070 Ti. Die Grafikkarte kostet 100 Euro mehr als die normale RTX 3070 oder soll 100 Euro mehr kosten, wenn wir die normalen Preise haben würden. Also die normale 3070 hat eine UVP von 520 Euro und die 3070 Ti hat eine UVP von 620 Euro. Und dafür bekommt man so im Durchschnitt ungefähr 5% mehr Leistung. Ich muss ehrlich sagen, 5% mehr Performance für 100 Euro ist dann doch ein bisschen wenig. Und was ich besonders enttäuschend fand tatsächlich an der RTX 3070 Ti, ist, dass die Grafikkarte im Durchschnitt nicht mal an der RX 6800 vorbeikommt. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass Nvidia mit der 3070 Ti eigentlich optimal die Lücke zwischen der 3070 und 3080 schließt. Die Grafikkarten liegen ja eigentlich auch nur 200 Euro auseinander und da würde sich die 3070 Ti von der UVP genau in der Mitte platzieren, also bei 600 Euro bzw. 620 Euro. Und deswegen würde es eigentlich Sinn machen, dass die Grafikkarte auch von der Performance exakt zwischen der 3070 und 3080 liegt. Dem ist leider nicht so. Es gibt nur ungefähr 5% mehr Performance im Vergleich zur normalen 3070 und damit beträgt der Rückstand zur RTX 3080 immer noch 10 bis 15%. Und dafür muss ich ehrlich sagen, 100 Euro mehr ausgeben sehe ich kritisch. Ich würde dann wahrscheinlich doch eher zur normalen 3070 greifen, vor allem weil man mit der 3070 Ti ja nicht mal mehr Grafikspeicher bekommt. Die setzt ja auch immer noch auf 8 GB Grafikspeicher und deswegen sehe ich ehrlich gesagt den Mehrwert für die 100 Euro Aufpreis dort nicht wirklich. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt muss man sagen, ist sowieso die RX 6800 von AMD immer noch die bessere Wahl. Die hat eine UVP von 580 Euro, ist also günstiger oder soll günstiger sein als die 3070 Ti, bietet aber ein paar Prozentpunkte mehr Performance im Durchschnitt. Und da konnte Nvidia tatsächlich nicht dran vorbeikommen mit der 3070 Ti. Und dazu kommt, dass die RX 6800 auch deutlich weniger Strom verbraucht. Also hier sprechen wir tatsächlich von Unterschieden im Bereich von ungefähr 70 Watt unter Volllast. Das ist wirklich ziemlich viel dafür, dass die Grafikkarten von der Performance in etwa gleich aufliegen. Was natürlich für die 3070 Ti spricht, ist die bessere Raytracing-Performance und Nvidia DLSS 2.0, was ja in aktuellen Spielen wirklich sehr, sehr viel bringen kann. Da sollte man aber vielleicht noch abwarten, wenn man sich final zwischen den Grafikkarten entscheiden möchte. Denn am 22. Juni soll AMD FSR rauskommen, also das Gegenstück zu Nvidia DLSS. Und da darf man gespannt sein, ob AMD dort auch so eine gute Performance hinlegen kann mit quasi per Software, ob man da auch so einen großen FPS-Boost quasi bekommt wie mit DLSS 2.0 bei quasi gleicher Bildqualität. Also da darf man gespannt sein. Das sind aber im Moment noch Punkte, die eher für die 3070 Ti sprechen würden, Raytracing und DLSS 2.0 zumindest zum Stand jetzt. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man das jetzt außer Acht lässt und vor allem, wenn man die Grafikkarte mit den anderen vom Hause Nvidia selbst vergleicht, muss ich sagen, eine 3070 ohne Ti tut es eigentlich auch. Und da kann man sich die 100 Euro bei der UVP jedenfalls sparen und der Preis, den man im Endeffekt jetzt aktuell bezahlen muss, liegt ja eh nochmal deutlich höher. Also ich sehe den Mehrwert bei der 3070 Ti ehrlich gesagt nicht und würde eher zu einer normalen 3070 oder zu einer AMD RX 6800 greifen. Jetzt kommen wir zur RTX 3080 Ti. Da sieht es ein bisschen anders aus, muss ich ehrlich sagen. Die ist natürlich mit 1200 Euro sehr, sehr teuer. Deutlich, deutlich teurer als eine RTX 3080. In diesem High-End-Bereich von Grafikkarten ist es aber natürlich die Regel, dass die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Modellen immer größer werden. Und allgemein recht hoch sind und dass man für einen prozentual relativ geringen Performanceanstieg dann meistens auch sehr, sehr viel Geld schon bezahlen muss. Die normale RTX 3080 soll ja 720 Euro, eigentlich kosten die RTX 3080 die 1200 Euro. Dafür bekommt man auch so etwa 5% mehr Performance und damit liegt die RTX 3080 Ti dann ziemlich genau zwischen der RTX 3080 und RTX 3090. Im Vergleich zur RTX 3080 sehe ich es auch wieder kritisch, ob sich das Upgrade wirklich lohnt. Zumindest bekommt man dieses Mal 2 GB Grafikspeicher mehr. Die RTX 3080 hat ja 10 GB, die RTX 3080 die 12 GB Grafikspeicher. Allerdings im Endeffekt trotzdem nur so 5% mehr Performance für einen Aufpreis von fast 500 Euro. Da muss man wirklich, ich sag mal, in 4K beispielsweise spielen und wirklich jemand sein, der auch das letzte Quäntchen Performance haben möchte, um wirklich hohe Bildraten zu erzielen, auch in hohen Auflösungen, in hohen Grafikeinstellungen. Deswegen im Vergleich zur RTX 3080, muss ich ehrlich sagen, wäre es mir den Aufpreis nicht wert. Vergleicht man die RTX 3080 Ti aber mit der RTX 3090, die ja 1550 Euro kostet, also 330 Euro mehr als die RTX 3080 Ti, da muss man dann wieder sagen, da ist die RTX 3080 Ti relativ nah dran, also etwa 5% weniger Gaming Performance als bei der RTX 3090 und für 5% weniger sozusagen über 300 Euro sparen. Das klingt dann doch eher sinnvoller, also ist ein bisschen schwierig. Je nachdem, womit man die RTX 3080 Ti vergleicht, kann man entweder sagen, es lohnt sich, wenn man sie mit der RTX 3090 vergleicht, mit der RTX 3080, wenn man sie damit vergleicht, eher vielleicht nicht so. Aber die Ersparnis zur RTX 3090 für fast die gleiche Performance ist es dann vielleicht doch schon wert. Allerdings bekommt man mit der RTX 3090 natürlich den doppelten Grafikspeicher. Also wer 100% auf Nummer sicher gehen will, auch für die nächsten Jahre, dass der Grafikspeicher ausreicht, der ist dann vielleicht doch mit der RTX 3090 besser bedient. Das war meine Zusammenfassung erstmal zur RTX 3070 Ti und 3080 Ti, ob sich diese Grafikkarten quasi lohnen. Denn insgesamt muss man sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es dann doch eine normale RTX 3070 oder eine RX 6800 oder halt die RTX 3080 im Vergleich zur 3080 Ti, doch im Endeffekt die bessere Wahl und die vernünftigere Wahl, wenn man natürlich an die Grafikkarten herankommen würde. Das ist ja das große Problem. Ich werde es auch weiter versuchen, zu einem akzeptablen Preis mir mal eine 3070 Ti und 3080 Ti zu holen, um die dann auch mal selbst zu testen in meinen eigenen Benchmarks. Denn diese Ergebnisse, die ich euch gezeigt habe, sind quasi gemittelte Werte aus verschiedenen Tests, die ich mir ansonsten auch im Internet angeschaut habe. Aber ich würde sagen, so als grobe Einordnung, ob sich der Kauf einer 3070 Ti oder 3080 Ti lohnt, ist das auf jeden Fall ausreichend. Und wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein auf den 22. Juni, wenn AMD FSR rauskommt. Kann sein, dass es dann nochmal ein Argument mehr für die AMD-Grafikkarten gibt, die ja sowieso schon sehr stark dastehen, vor allem da sie im Vergleich zu den Nvidia-Grafikkarten nicht ganz so stark überteuert sind. Deswegen, da bin ich sehr gespannt, was da dann kommt, ob sich das lohnt, ob AMD da mit Nvidia DLSS mithalten kann. Was sagt ihr zu RTX 3070 Ti und 3080 Ti? Würdet ihr die Grafikkarten kaufen oder würdet ihr doch eher die normale 3070 und 3080 vorziehen, so wie es bei mir der Fall ist? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten war es jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein. Schreibt sie gerne in die Kommentare.